Der deutsche Verfassungsschutz ruft die höchste Terrorwarnstufe aus. Thomas Haldenwang, Leiter der Behörde, hat die öffentliche Aufmerksamkeit auf die eskalierende Bedrohung durch islamistischen Terrorismus gelenkt. Diese Entwicklung wurde durch die Vereitelung eines geplanten Anschlags auf einen deutschen Weihnachtsmarkt unterstrichen. In einer Zeit wachsender Unsicherheit werden kritische Fragen über die Effektivität der Regierung und ihrer Sicherheitspolitik laut. Kritiker werfen der Regierung vor, sie habe es versäumt, die Grenzen effektiv zu sichern und damit eine Einreise von Terroristen ermöglicht. Diese Vorwürfe gewinnen an Brisanz durch die Verhaftung zweier junger Terrorverdächtiger, die einen Anschlag mit Brandsätzen und einem Kleintransporter geplant hatten. Der Verfassungsschutz sieht in der aktuellen Lage eine signifikante Radikalisierung durch den Nahostkonflikt und warnt vor der Gefahr radikalisierter Einzeltäter. Diese Bedrohung wird durch eine komplexe und angespannte Bedrohungslage verstärkt, die durch den Nahostkonflikt und parallele Krisen geprägt ist. Der Fokus der Sicherheitsbehörden auf die Bekämpfung der AfD wird von einigen Seiten als Ablenkung von ihrer Hauptaufgabe, dem Schutz der Bevölkerung, kritisiert. Diese Entwicklungen werfen Fragen zur Effizienz und Prioritätensetzung der Sicherheitsbehörden auf. Inmitten dieser Debatte wurden auch die Handlungen der Außenministerin Annalena Baerbock kritisch betrachtet. Insbesondere im Hinblick auf die Aufnahme von Menschen mit gefälschten Papieren. Die Entscheidung von Bundeskanzler Olaf Scholz, die Sicherheit Israels zur deutschen Staatsräson zu erklären, wird ebenfalls kontrovers diskutiert, da sie potenziell zu einer weiteren Radikalisierung beitragen könnte. Die deutsche Sicherheitslage wird durch den zunehmenden Druck auf die Polizei und die Sicherheitsbehörden weiter kompliziert. Der Verfassungsschutz und das Bundeskriminalamt, BKA, betonen die hohe und reale Anschlagsgefahr in Deutschland, was die Notwendigkeit effektiver Sicherheitsmaßnahmen unterstreicht. Mit der Ankündigung der Terrorwarnstufe setzt Deutschland ein klares Zeichen, dass die Bedrohung durch Terrorismus eine ernstzunehmende und dringende Angelegenheit ist.